ARD Text im Auftrag von Funk Der letzte Schuss, Lukas, der letzte Schuss Ja, trotzdem kann er nichts machen Wetten, die gehen jetzt Garage Ja, weil die wissen, dass wir kein Türband mitnehmen und kein Thatcher, also machen wir das jetzt, los Ob das ohne Absprache genau braucht es den Schuss Alle hatten es schon, oder? Wie viel zur Runde seid denn? Ja, René René, guck mal Ja Ja Ich bin gleich wieder da, ich muss ihn jetzt fertig machen kurz Anfänger hoch und so hat Katzenmaug geworfen Nein Dauert denn nicht lange Lukas, du bist eine Schwester Soll ich mal was sagen, Matthias, mein Hauptaccount, der ist bei PSN gesperrt war Warum? Ja, Kurzfass und Michel ist ein Arsch und hört nicht auf Leute zu beleidigen Ja Lukas, ich bin so froh, dass du das immer... Der strengt sich ja nicht immer an Oh oh Löffel, wie bist du da runtergekommen? Ich bin runtergekommen Ich schaff's Ich bin so ein Bomber Lukas, ich hab den Graf für dich getötet Boah, du bist ein dämischer Hure, sonst Ich geh voll ins Gefäng Und das Leben ist für dich Schön, Lukas Zieh auf die Treppe Yes Hey Ich musste nachlassen Ja, ich streich mit der Pistole besser als mit einem anderen Das ist was Ja, schieß doch Lukas Lukas Ich kannste nicht vergleichen Ich kannste nicht vergleichen Wir sehen ruhig, dass ich das so Video, bitte Share-Taste-Vieereck Share-Taste-Vieereck Okay Ja, ey, guck mal, der hat Riesse gerade auf den Tor gekuckt Obwohl ich das andere Seite von der anderen Seite kommt Von der anderen Seite genau No Von einer Seite kommen wir mal schnell Schönen 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 Warte, 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 warte Warte, 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 stop, 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 stop Ich hatte das Schild ausgefahren und hat auch nicht geschossen Guck mal Ja, ich weiß Egal, sein Glitching nutzt ihm einfach gar nichts Wo ist der letzte? Gunther, gib mir mal ne Spritze Wenn du kannst Ja, warte, er muss gar nachhören Du hast hart an ihm geschossen Ja, ja Ähm, hängst du den Gang abmischen? Ja, ja 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 Ja